Hallo, ich mach jetzt meine Aufnahme, besuche sie aufzunehmen. Das ist meine allererste und deshalb begrüße ich jetzt erstmal mit. Hey, ho, irgendwas, ich hab jetzt erstmal keine Ahnung. Hallo ihr Gurkenfreunde, würde ich mal sagen. Weil mein Skin, den man leider nicht sieht wegen schlechtem Internet, nicht angezeigt wird. Doch, ja, ich mach jetzt mein, keine Ahnung, mein drittes Let's Play. Die ersten beiden waren ohne Stimme, leider, weil ich da ein anderes Aufnahmeprogramm hatte. Und das hat bedauerlicherweise noch nicht ganz funktioniert. Äh, jetzt gerade benutze ich ein anderes, ein bisschen anderes. Und das ist, ich spiel übrigens Bad Wars, das ist die Map, ähm, warte, wie hieß ich noch? Beast Mode, genau. Ähm. Ups. Ich versuche bei meinen Let's Plays öfters, also in den Kommentaren öfters online zu sein, als andere erfolgreiche Let's Player, wie zum Beispiel Gomme. Ich spiel übrigens auch über den Gomme-Server, also, äh, falls ihr die Server-IP wissen wollt, ich werd sie in, warte, wie hieß es nochmal, äh, ja genau, in die, ähm, Beschreibung stecken. Ich hab grad vergessen zu sprechen, also, tut mir jetzt mächtig leid, ich bin grad etwas abgelenkt. Ich muss nämlich noch das Bett einbauen. Oder hab ich über, wisst ihr, na egal, Bad Wars ist überhaupt, falls ihr nicht wisst, was das für ein Modus ist. Bad Wars ist ein Modus, da spielt ihr in einem Team, zweimal zwei, dreimal drei, keine Ahnung, irgendwie so auf jeden Fall. Und, dann, dann gibt's Betten, die muss man versuchen, oder die sollte man einbauen, oder das wär das Schlauste, was man machen könnte. Oder, ich empfehle das Bett einzubauen, weil, wenn man's nicht tut und das Bett abgebaut ist, respawnt man nicht mehr. Ähm, was gibt's noch so? In der Mitte gibt's meistens einen Gold-Spawner, von dem man sich, äh, Gold holt, logischerweise. Ähm, es gibt auch Rüstung? Ja, klar, wo gibt's Rüstung? Wenn es keine Rüstung gäbe, wär's etwas, merkwürdig, sag ich mal. Aber, wenn ihr mal irgendwelche Themen von mir hören wollt, dann schreibt irgendwas mal in die Kommentare. Über Twitter bin ich auch zu, erreichbar, da heißt mein Account Devolo Gaming, also so wie auch dieser, äh, ja, Account hier über Minecraft. Ich, das ist nur eine Testrunde, es läuft auch noch nicht so flüssig, wie ihr vielleicht merkt, wenn ihr das Video anguckt. Heute ist, ja, äh, der 17. oder so. Und ich muss jetzt erst kurz aufhören zu sprechen, Konzentration und so. Kennt ihr vielleicht? Ähm. Oh! Oh Töpöpö Oh mein Gott, hier lags grad enorm, ich weiß, hab keine Ahnung wieso, es tut mir echt leid, aber ich kann eins erklären, nein, kann ich gar nicht eigentlich, alter, wie die ist es hier, äh, kloppen, nein, nicht lecken, wa, wo ist er, da, oh mein Gott, ich glaube, ich muss Minecraft neu starten, oh mein Gott, ich bring mich jetzt erstmal um, hasta la vista, scheißdreck, sorry, ich muss erstmal ein paar Programme beenden, ähm, klappt nix, ich hab wenigstens, okay, ich benutze jetzt die YOLO-Taktik, das ist meine private Taktik, ihr könnt sie auch benutzen, wenn ihr mir 15 Euro gebt, he, 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 ne, scherz, oh mein Gott, Augen schmerzen, ätzend, okay, die YOLO-Taktik ist, Knüppel, Spitzhacke, egal was, ja, wahrscheinlich, Alter, ich werde jetzt bald zurückkommen mit einer neuen Aufnahme und hoffentlich, dass es weniger lag, dieser Server hier ist Mondupia und ich kenne mich mit diesem Server nicht so doller aus, ich, Pizzasplief und endlich eins, einmal Games, ich spiel mal Pizzasplief, hört sich lustig an, Pizzasplief, Lobby, Ingame 6, Rich, ich würde unheimlich gerne Pizzasplief spielen, hört sich sehr lustig an, muss ich sagen, eh, hallo, ne, egal, ich sag hier mal, Reisenblock, Unsichtbarkeit, was zum Block, Schlechtkeit, Goldblock, Übelkeit, Übelkeit? Viel Spaß mit dem Modus des Mondupia-Teams, der Server ist Mondupia, übrigens. Und ich habe vergessen zu sagen, ich konnte bedauerlicherweise, ähm, heute nicht auf Windcraft mein Let's Play machen, weil, ähm, der Windcraft-Server heute irgendwie Aktualisierung oder so hatte, ich werde deshalb jetzt versuchen, es gut zu machen, indem ich hier jetzt eine Runde spiele, Pizzasplief. Dieser Name ist so blöd. Pizzasplief. Da oben steht's auf. Ups. Blink! Wow, alter, was nen Skiller. He has fallen, but he has two ohr and legs. Loser! 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 Was? Sieg! Das war jetzt nicht so schwer, muss ich jetzt sagen. Äh, TGG, wenn das jetzt... Nö, Chatnachricht, nicht gesendet sein. Das Spiel hier war ja richtig... Fantasievoll. Ähm, nein. Eldecker. Gut gespielt auf jeden Fall, Eldecker. Guck dir mal mein Let's Player an. Du hörst mich nicht. Hey, 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 Raketenwerfer. Wie lustig. Bogen! Fresst das! Was hat das? Lever... Lever... Gucken wir mal, was ich... Dickes Lever habe. Wie cool. Das sieht cool aus. Ich nö mal. Jetzt sieht... Jetzt seh ich voll cool aus. Also so werd ich jetzt immer in der Lobby rumlaufen. Weil es hier so Fantasievoll ist. Hey, hey. Okay, noch ein Minispiel. Sky Wars. Jump and Run! Jump and Run! Die mag ich. Jump and Run! Jump and Run! Was ist denn hier das Jump and Run? Human Pet. Ach so! Meine Trichter-Glock. Reboot. Der Human Pet verbrennt. Den will ich jetzt... Kann ich theoretisch... Takt ist schade. Ach, das ist blöd. Falscher Befehl. Ja. Hm. Okay. Muss wieder einen Schnitt anlegen, damit ich rauskomme von diesem... Server. Ich werde jetzt wieder Serverwechsel machen. Hopp, hopp, hopp. Serverwechsel, Serverwechsel, Serverwechsel. Und Schnitt. Upstarker. Upstarker. Click to disable. Ähm. Ähm. Ist lustig. Ich käme ja auch nicht auf diesem Server auf. Ähm. Game Lobby Menu. Holy shit. Game Menu. Blockhunt. Ja, wieso nicht? Blockhunt. Macht Spaß. Ist lustig. Und spielen wir jetzt mal die Runde Blockhunt. Ich bin ein Haider hier jedes Mal. Swapper. Ins... Ich bin mal Swapper, Haider. Anderes kann ich auch nicht sein. Ich hab nichts. Also, wenn ihr irgendwelche besonderen Themen hören wollt von mir, dann müsst ihr es in die Kommis schreiben. Und das Spiel beginnt. Was bin ich? Ich bin ein Ampel. Ich bin ein Schwein. Wie lustig. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Und der Ghost. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Oh mein Gott, ist der blöd. Ich bin nur ein Schwein und der bemerkt mich nicht. Miau. Rakete! Wow. Das nenne ich awesome. Oh mein Gott. Alter, ich bin gerade so fantasiedlos, was ich sagen soll. Ähm. Das ist Wasser. Sehr schönes Wasser. Ich hab gehört, wenn man das trinkt, dann hält's nicht mehr lange. Das ist von 3DoolSack3, falls ihr den überhaupt kennt. Das ist kein Let's Player, der macht... ... eher anderes. 這些... autos... ... ... Martha, Meine Pfeile sind gar nicht sichtbar, wenn ich sie schieße, merke ich gerade. Alter, jetzt, ich will den treffen. Komm, bitte, bitte, bitte. Please. Wenn ihr auch wollt, dass ich irgendwie andere Let's Plays mache von irgendeinem anderen Spiel, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Weil, also über den Kommis nicht, oder über Twitter, das geht auch. Wenn ihr gerade nichts anderes zu tun habt, also, ich zwinge euch jetzt nicht, das zu tun. Oh, den will ich. Nein. Junge, lass das doch. Alter, wie viele? 14, halt, das Leben noch. Das ist, äh, warte, wie viele waren es am Anfang? 6 plus 13, minus 1. Äh, ich kann kein Mathe! Warte. 19? Totale Ruhe. Niemand sagt was, nicht was ich. Hä, 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 hä. Okay, ich schlage vor, nach dieser Runde hier, mache ich erstmal kein Video mehr. Dann, also nicht kein Video mehr, sondern höre ich erstmal auf. Dann geht's. Okay. Vielen Dank. TNT ist so explosiv wie diese Makete, die ich nun nicht mehr abfeuern kann. Ja, hast du das gehört? Na? Komm bitte, bitte. Erfolgs! Sieg! 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 Okay, das war's jetzt erstmal. Ich werde jetzt hier das Spiel verlassen, schnell, bevor das Spiel noch startet, und lasst eine positive Bewertung da, falls ihr das Video gut konntet. Ich hoffe, das war bei euch ein HD. Für mich war es HD, bei euch vielleicht jetzt eher nicht, aber ich werde jetzt dieses Video starten. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich hoffe, das war's jetzt.